Herzlich Willkommen meine lieben Roller und Tuning-Freunde hier aus der Werkstatt beim Schrauberkönig aus dem schönen Solingen, da wo es die scharfen Messer gibt. So, was haben wir heute? Es geht drum Verschleißkolbenringnut. Ich hänge euch eben ins Stativ und dann erkläre ich was dazu. So, ich will hoffen, dass es für jeden ersichtlich ist. So, nehmen wir mal an, wir haben einen Motor, der hat so 7, 8, 9.000 Kilometer gelaufen, von mir ist auch 10 oder 11. Dann kommen viele Schlaumeier auf die Idee, ich habe nicht mehr so viel Kompression. Ich tausche mal den Kolbenring. Leute, das ist der größte Blödsinn, den ihr machen könnt. Das sage ich euch sofort. Ja? Und zwar, es geht ja darum. Ich habe jetzt hier mal einen Kolben aufgezeichnet. Kann man schlecht sehen. Ist nicht ganz so schön, wie ich mir das gedacht habe, aber es funktioniert. So, wir haben hier oben, hier oben haben wir die Verbrennung. Der Kolben und die Ringe kriegen von hier oben, hier ist der Brennraum, immer einen auf die Mütze. Ja? Was passiert? Jede Zündung gibt es Druck auf den Kolben und Druck auf den Kolbenring. Immer wieder. Der Kolbenring dichtet das ja nach unten ab. Richtung Kurbelgehäuse, sage ich jetzt mal. Ja? Immer und immer wieder. Zig weiß der Geier, wie oft in seinem Kolbenleben. So, was passiert denn dann? Folgendes. Die Nut, diese Nut hier unten, die fängt an zu verschleißen. Ja? So. Die ist näher nicht mehr gerade, sondern die steht leicht schief. Je länger der Kolben drin ist und je mehr der gelaufen hat, desto schlimmer wird das. Das ist jetzt übertrieben. Das ist jetzt nur fürs Auge. So wird das nie sein. Ja? So. Jetzt sagen wir mal, ihr baut einen neuen Kolben ein. Äh, Entschuldigung. Neuen Kolbenring ein. Neuen Kolbenring ein. Ohne neuen Kolben. Nur den Ring tauschen. Was passiert? Ja? Der Kolbenring wird sich schief setzen. Ja? Ich kann das jetzt ganz schlecht darstellen. Ja, der steht so ganz leicht schief. So. Übertrieben jetzt. Ja? Ja? Was passiert? Was passiert? Wollen wir ein Ratespiel machen? Wenn ihr Pech habt, zerrammelt ihr euch noch den guten Zylinder hier oben an dieser Ecke. Durch das Schrägstehen des Kolbenrings. Ja? Ja? Wenn sowas ist, tut mir einen Gefallen. Macht einen neuen Kolben, macht einen neuen Kolbenring rein. Vorher natürlich messen. Ja? Ruhe. Bis der Zylinder dann wirklich verschlissen ist. Ich denke mal, wenn man zweimal den Kolben gewechselt hat, je nachdem, was man für eine Garnitur fährt, ist auch der Zylinder weg. Ja? Ja? Also ich denke mal, einmal wird man garantiert den Kolben tauschen können. Kommt auf Fahrweise an, aufs Öl, auf die Materialien. Ja? Versteht mich da nicht falsch. Ich bin auch kein Wahrsager. Ja? Aber Fakt ist, niemals neue Kolbenringe drauf machen. Auf einen alten Kolben. Blödsinn. Das dichtet auch nicht mehr sauber ab. Ja? So. Viele machen das. Es gibt auch einige, die haben einen Kanal auf YouTube, die machen das auch. Das habe ich gesehen. Ich mache das nicht. Aus dem einen oder zwei bekannten Gründen. Gründen. Ja? Hol euch einen neuen Kolben. So ein Kolben kostet doch kein Geld, Leute. Ja? Also, selbst wenn ihr Markenkolben kauft, was kostet der? 30 Euro. Lass mal einen guten Kolben 40, 50 Euro kosten. Wenn überhaupt. Kommt natürlich wieder auf das Räppelchen an, ne? Also auf die Marke, was ihr da fahrt, ne? Ja, das wollte ich euch nur noch mal zeigen und darstellen. Ich denke mal, dass es verständlich war. Es ist natürlich wieder sehr, sehr, sehr trockene Theorie. Ja? Ich habe für euch morgen aber ein richtig gutes Video geplant. Ein richtig gutes. Das kündige ich jetzt schon mal an. Das ist für jeden Laien verständlich und für jeden Laien ausführbar. Ja? Mehr wird nicht verraten. Und Leute, das bringt noch was. Das bringt richtig was. Gut. Schönes Wochenende. Für die Zuschauer, die nicht zuschauen. Und für die anderen bis morgen, ne? Tschüss, hier aus Solingen. Tschüss. Tschüss.